Was macht Yusuf a.s.w.? Und das müssen wir davon lernen, Bruder. Was sagt er in diesem Moment? Ich bin ein Nabi, ich bin ein Prophet, ich kriege das hin, ich habe Iman, ich schaffe das, ich mache das, oder? Ma'adallah, ich suche zur Flucht zu Allah. Ohne Allah bin ich nichts, ich bin verloren. Ohne Allah-Befestigung bin ich weg, bin ich fertig. Verstehst du, meine liebe Geschwister, warum rutschen wir immer in diese Sache? Versteht ihr, warum rutschen wir immer in tiefste von Zünden? Weil wir handeln gegenüber Allah-Befestigung total anders.